Digitales Marketing gehört zu den am schnellsten wachsenden Feldern. Am IKM legen wir grossen Werte auf das Fachwissen rund um Themen wie E-Commerce und Content Marketing, weil wir einfach wissen, dass es ein wichtiger Bestandteil der erfolgreichen Vermarktung ist. Mir ist wichtig, dass sich bei der Weiterbildung ein investiertes Geld und die investierte Zeit lohnen. Aufgrund des Angebots bin ich schlussendlich an der Hochschule Luzern gelandet. Das ist das, was gerade im Bereich Kommunikation und Marketing für mich die besten Angebote hatten. Unsere Forschungsergebnisse erhalten wir aus anwendungsorientierten Projekten mit unseren Partnern aus der Praxis. In der Weiterbildung diskutieren wir diese Ergebnisse mit unseren Dozierenden und Teilnehmenden auf Augenhöhe. So entsteht praxisnahe Forschung und Weiterbildung. Uns liegt viel daran, dass unsere Teilnehmer die Kurse wählen, die tatsächlich zu Ihnen passen, zu der beruflichen Situation und auch für Ihren weiteren Werdegang. Darum nehmen wir uns viel Zeit, zu mal Infoveranstaltungen und in persönlichen Beratungsgesprächen herauszufinden, was das ist. Hier, wo ich aus der Region bin, war für mich die HSL sicher eine der ersten Wahlen. Das ist etwas vom ersten, das ich angeschaut habe. Sie liegt im Herzen der Schweiz und ist dadurch super mit dem ÖV erreichbar. Und jetzt gerade zum Beispiel im CAS Digital Customer Experience, den ich besucht habe, konnte ich sehr viele eigene Fälle wirklich einbringen und habe sehr vom Austausch mit anderen auch profitiert. Jede Klasse hat eine andere Dynamik. Es ist ganz spannend, zu sehen, wie die Teilnehmenden andere Herausforderungen im Alltag haben und wie sie mit diesen Herausforderungen umgehen. Und meine Aufgabe als Dozent ist natürlich, die Herausforderungen anzugehen. Die können auch behandeln, zum Teil auch so ein bisschen One-to-One-Gespräche und die Knöpfe zu lösen können. Die Dozenten, die ich jetzt erleben durfte, sind weitestgehend sehr kompetent und sehr praxisnah. Sie konnten darauf eingehen. Auf all die verschiedenen Anliegen konnten sie das eigentlich immer berücksichtigen und auch unternehmensspezifische Fragen beantworten. Meine CS haben mich sehr inspiriert. Ich bin selbstbewusster geworden und ja, jetzt überlege ich mir doch noch meinen Masterabschluss zu machen. Natürlich auch immer noch prais und defence. Nachента Multifreeueren bis wieder zu dyla Kabine zu weiteren Anliegen unseren Bundeskurssprachinnen. Haha, wir schauen sie, bis bald!